Was gibt's sonst so Neues? Im Odewald? Und wie geht's den Hunden? Ach, denen geht's gut. Ich sitze gerade raus im Hof. Warte, bis der Neumann den Leckerchen über den Zaun schmeißt. Du weißt ja, ich sitze daheim. Warte, bis er aus der Haust hier kommt. Vor allen Dingen in den Bleckchen. Der sitzt da ja bei jedem mit dem richtig Nassrägen. Sag mal, siehst du gerade was? Ja, Nutella. Nutella? Mit was? Mit was? Im Löffel halt. Ja, aber wieso gar nicht mit Brot? Habt ihr keins mehr? Vater, weshalb ich doch zuhause auch oft so gegessen? Was? Ja. 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 Ja.